servus leute und herzlich willkommen bei der autotester.de eurem autotester des vertrauens ich bin die jesse und stehe hier ja so ein bisschen wie in der geisterstadt wir sind jetzt hier gerade in brüssel am flughafen und dürfen euch heute den neuen toyota jahres und vierter generation vorstellen und ich möchte heute mit euch nicht die optik anschauen ich möchte auch nicht mit euch fahren sondern ich gehe mit euch an den ort an dem wir die meiste zeit verbringen wenn wir so ein auto haben und zwar den innenraum und den zeige ich dann ganz genau falls ihr bock drauf habt bleibt gerne dran ihr findet uns beim www.autotester.de nicht nur hier auf youtube macht gerne die glocke an sondern auch auf instagram facebook und tik tok abonniert uns auch da wird mich riesig freuen dann würde ich sagen springen wir mal los ich zeige euch noch schnell die rückbank und vielleicht noch einen kleinen carporn kommt mit bevor ich aber hinten rein springen kurz noch was in eigener sache schaut gerne bei unserem kooperationspartnern goleasy vorbei das ist eine vergleichsplattform für leasing angebote da findet ihr garantiert den besten preis für eurem traumwagen die vergleichen unter anderem ja bei partnern wie leasing markt nur leasing oder auch vehiculum schaut gerne vorbei den link findet ihr auch hier unten dann jetzt gehen wir mal hinten rein kommt mit und ich bin ja 1 meter 64 klein ich bin jetzt nicht die größte person euch zu zeigen wie viel platz sein ist für kinder reicht auf jeden fall aber ich würde sagen ihr kommt mal kurz mit und wir springen rein für mich ist der einstieg ehrlich gesagt ja nicht so einfach der fahrersitz ist jetzt auf jans größe eingestellt das ist bei 1 meter 88 das heißt ich hätte rein theoretisch bei einem großen fahrer genau noch so viel platz für mich ist absolut ausreichend nur mit den füßen war es jetzt ein bisschen schwer zum reinkommen sonst kann ich euch zu dem ja innenraum hinten sein dass wir jetzt nicht so viel haben wir haben hier beispielsweise was ich ein bisschen schade finde keine usb anschlüsse aber das in dem segment jetzt auch nicht wirklich typisch sonst ist aber ja die verarbeitung hier drin wirklich sehr gelungen wir haben hier und sehr schön strukturierten stoff der sich gut anfühlt und auch bei so einer hitze wie heute sehr angenehm ist wir haben hier noch mal kopfstützen die sich auch hoch und runter fahren lassen für mich super aber ich würde sagen bevor ich jetzt hinten zu viel quasi springen wir nach vorne und ich zeige euch jetzt sind wir vorne im innenraum verzeiht mir dass ich so glänzend im gesicht aus sehe es hat hier fast 40 grad in brüssel aber das hält mich nicht davon ab euch jetzt hier alles zu zeigen und fangen wir erstmal an mit der materialverarbeitung hier drin und die muss ich sagen finde ich besser als beim vorgänger wir sind jetzt hier in der vierten generation des jahres und warum ist das so wir haben einerseits hier vorne nicht mehr so ein hart plastik was ja manchmal ein bisschen billig wirkt sondern wir haben hier ja so etwas was soft touch von toyota genannt wird das ist eine sehr angenehme oberfläche die gefällt mir sehr gut dann haben wir hier elemente in einem verchromten oder aluminium look die haben wir auch hier unten beispielsweise dann in dem gangball hebel wir haben ja auch elemente die ein bisschen klavierlack look haben hier vorne auch wir haben hier auch noch mal eine ablagefläche die ich sehr praktisch finde unter dem infotainment die ist geriffelt und die finde ich auch echt ganz cool wir haben hier in der mitte ja ablageflächen für zwei große kaffee die brauche ich morgens immer wenn ich zur arbeit fahre wir haben hier leider unter der armauflage sonst keine staufach die ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu kurz aber das liegt vielleicht auch an meiner größe sonst kann ich euch zu den staufachmöglichkeiten noch sagen dass wir hier natürlich ein handschuhfach haben wir haben auch in der tür ein bisschen platz der ist jetzt nicht riesig aber ausreichend würde ich sagen hier oben haben wir auch ja ganz normal was zum einspannen aber sonst ist hier nicht viel ablagefläche aber ausreichend wie gesagt vor allem für das segment dann vielleicht zu den sitzen und auch zum thema qualität die sind hochwertig verarbeitet haben wir wirklich schöne stickung in dem rot und diese struktur gefällt mir wirklich sehr sehr gut fühlt sich auch toll an auch bei den 40 grad hier ist es jetzt nicht so eklig es klebt nicht so sehr sondern es ist sehr angenehm wir haben hier kunstleder glaube ich bin mir aber nicht ganz sicher aber für alle da draußen falls sie die möglichkeit hat nehmt bitte kunstleder ich bin ja auch ein vegetarier also ja meine kleine message an euch falls ihr nicht unbedingt auf leder pocht müsste das auch nicht machen würde mich freuen ja und sonst sind die sitze wirklich sehr bequem und die sind auch langstreckentaug ich weiß jetzt genau in diesem kleinwagen segment gar nicht so schlecht ist also ich saß jetzt hier heute den ganzen tag in brüssel muss ich sagen es war angenehm ich sitze gut ich habe keine rückenschmerzen also tipptopp machen wir hier vorne weiter beim lenkrad das liegt gut in der hand ist ein typisches toyota lenkrad aber ich war ein bisschen überfordert von diesen ganzen knöpfen hier mir sind ein bisschen zu viel ich weiß nicht was ihr davon halte treibt mir gerne die kommentare wir haben hier rechts alles zum thema abstandsregeltempomat wir können die musik weiter also weiter beziehungsweise vorstellen wir haben hier links dann alles zum thema telefon können abheben auflegen können aber auch das tft da in der mitte steuern indem ich hier jetzt hoch und runter toggle sagt der jan immer also ich habe hier ja alles zum thema ecozone ich habe hier noch mal die assistenzsysteme und sobald ich hier nach rechts zwei be kann ich mir auch noch mal ja zum beispiel den abstandsregeltempomat angucken wenn ich hier runter gehe kann ich dann weiter zweiten zur musik habe dann hier alles zum mehr zur fahrt wir haben hier unten noch mal alle assistenzsysteme die ich ein und ausgeschaltet habe und hier auch noch meldungen vom auto sonst haben wir hier drüben ja den aktuellen gang den wir drin haben wir sind jetzt gerade im park und ich habe hier auch alle informationen zum thema charging hier drin beziehungsweise zur kooperation und hier rechts habe ich dann ja meine aktuelle geschwindigkeit beziehungsweise dann ja den tankfüllstand oder auch eben die temperatur des öls hier unten habe ich dann noch eine lenkradheizung die ich rein machen kann das habe ich erst nicht gefunden ist ein bisschen ungewohnt das hier unten ist weil es normalerweise im lenkrad ist und ich habe auch noch mal ja die einstellungen zum licht aber fangen wir jetzt noch zum wichtigsten teil bzw zum zentrum des ganzen herrn und zwar dem entertainment das gibt es optional mit 7 oder eben 8 zoll und da fangen wir jetzt mal hier bei home an was ich gut finde ist dass wir hier ja eben haptische knöpfe haben das mag ich nämlich nicht so gerne wenn nur noch touch da ist ist aber auch nur meine persönliche meinung sagt mir gerne wie es da euch geht und hier form haben wir jetzt eine sehr gute übersicht ich habe hier einmal die karte habe hier aber auch einmal ja was gerade in dem usb stick also meine musik beispielsweise angeschlossen ist und habe hier auch eine übersicht zum thema fahrzeug das ist super spannend weil beim fahren kann ich mir jetzt hier beispielsweise den energiefluss angucken kann dann sehen lädt die batterie gerade wie ist der füllzustand der batterie und das ist vor allem für die ja die ganzen technik nerds da draußen sehr interessant habe ja auch alles zum thema fahrinformationen wie viel verbrauch ich hatte und so weiter und so fort hier im menü habe ich dann auch noch mal alle möglichkeiten die ich ja auch noch mal per knopf habe das heißt ich habe hier audi telefon audio kann ich auch anklicken habe hier alles zum thema musik habe alles zum thema telefon kann hier auch per bluetooth man telefon connecten habe hier auch noch mal die map jetzt sind wir gerade ja relativ weit in der land karte beziehungsweise auf der weltkarte weg kann hier aber auch nun so machen beziehungsweise ein auto zoom kann hier auch raus zu beziehungsweise dann hier ja direkt eben auf meine position gehen kann hier auch die ja mein ziel einstellen und so weiter also das ist sehr einfach zu bedienen meiner meinung nach dann habe ich hier noch die möglichkeit die lautstärke leiser und lauter zu machen mit einem drehregler das mache ich auch sehr gern habe hier auch noch mal den track nicht umstellen kann noch mal phone und noch mal setup also alles mögliche an einstellungen hier unten haben wir dann noch alles zum thema klimaautomatik was ich gerade brauche hier mache ich sie dann an kann hier draufklicken so sieht das design aus kann hier dann auch ja die lüftung eben einstellen stärker oder schwächer machen ist für mich einfach zu bedienen auch für den beifahrer dann eigens zu bedienen hier unten haben wir dann noch mal sitzheizung die ich aktuell nicht brauche und ein usb anschluss vor allem ganz gut wenn man beispielsweise sein handy laden möchte oder man nimmt die induktive ladefläche hier drunter die es auch praktisch und auch einfach zu finden was ich auch ganz gut finde dass ich mein handy display sollte mich aber nicht davon ablenken lassen aber ja es ist in einer guten position für mich dann haben wir den gangwahlhebel eben mit den gängen wir haben hier unten die drive modes wenn ich jetzt draufklicken sehe ich hier vorne in dem tft display im pwr was wahrscheinlich für power steht und eco kann hier also die drive mode einstellen kann ja auch die assistenzsysteme ausstellen beziehungsweise habe hier auch noch den ev mode also den electric vehicle mode kann also hier rein elektrisch damit fahren habe auch eine parkbremse beziehungsweise ein start stopp knopf ja und das ist glaube ich alles was ich euch jetzt hier zum innenraum sagen kann noch eine sache hier in den türen schaut euch die mal an ab den höheren ausstattungslinien haben wir jetzt hier so ein bisschen filz drin das finde ich ganz gut verarbeitet ist auch mal was anderes habe ich jetzt so noch nicht so oft gesehen wir haben auch hier in der seite noch klavierlack drin die türöffner sind ein bisschen klein muss ich euch sagen ich hatte auch ein bisschen probleme zu finden bis ich dann das finde ich jetzt meine hand drin obwohl ich auch so kleine hände habe dann haben wir hier drin noch eine jbl anlage und auch optionalen head-up display auf das ich nicht verzichten könnte aber das ist nur meine persönliche meinung ich brauche das immer ja ganz gerne dass ich gewarnt werde wenn ich zu schnell fahre also alles in einem wirklich sehr guter innenraum aber ich will nicht zu viel vorweg nehmen jetzt kommt nämlich mein fazit ja kommen wir zu meinem kurzen fazit zum toyota jahres jahres beziehungsweise zum innenraum ich muss euch sagen ich finde die wirklich gut gelungen er ist gut verarbeitet und auch viel konnektiver als der vorgänger aber jetzt erzähle ich euch noch kurz was zum preis und zwar beginnt er jetzt bei dem 1 liter motor bei ich habe ein spickzettel dabei 15.392 euro und so wie er jetzt hier stehen mit dem 1,5 liter hybrid beginnt er dann bei 19.486 euro falls euch das zu viel geld bar cash auf die hand sein sollte und schaut auch gerne bei unserem kooperationspartner goleasy vorbei das ist eine vergleichsplattform für leasing angebote die vergleichen unter anderem ja bei partnern wie leasingmarkt null leasing oder auch vehiculum da findet ihr garantiert den besten preis für euer traumwagen bei www goleasy slash autotester findet ihr auch den toyota jahres schaut da gerne mal vorbei hier seid ihr aber gelandet bei www der autotester.de eurem autotester des vertrauens ihr findet uns nicht nur hier auf youtube macht gerne die glocke an sondern auch auf instagram facebook und tik tok abonniert uns auch da wird mich riesig freuen dann würde ich sagen sehen wir uns hoffentlich das nächste mal wieder so schön in der sonne und hoffentlich auch wieder bei einem kleinen traumwagen bis dann freunde ja